Was geht ab ihr Maschinen? Weiter geht's mit dem nächsten Video. In diesem Video werden wir viele, viele große Fortschritte machen, aber erstmal fangen wir an mit ein paar schweren Alastortruhen. So lange, bis wir im Plus sind. Es fängt schon mal sehr schlecht an. Dick Minus, bisher nicht eine einzige gute Sache. Buchter Präzision will keiner. Protein hat Müll und wir haben ein paar Waffensteine Plus, die sind aber leider aktuell nicht so viel wert. Wir sind im Minus, also die nächsten 10 Truhen für 14 Wonn gegönnt. Auf geht's. Kleine Segnungen, nochmal kleine Segnungen. Naja, naja. Haben einen kleinen Wert. Lastes Handels brauche ich aktuell leider nicht, da ich eins habe. Passierschein. Okay, Switcher, na gut. Oh, das war schlecht. Immer noch im Minus. Die nächsten 10 Truhen, bitte. Jetzt langsam mal ein paar Waffensteine. Nochmal ein Glas des Handels. Oh, das tut weh, das einfach an die Gemi zu verkaufen. Eine blutrote? Warum nicht eine weiße? Und ein Mann, ein Wort, bis wir im Plus sind. Die nächsten 10 Truhen, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann muss doch auch mal was Gutes rauskommen. Hoffentlich. Segen des Drachen. Hilfe, Hilfe. Und wir haben die allerersten Nordwind-Waffensteine. Immerhin mal ein kleines Licht, aber wir sind immer noch fett im Minus. Der nächste 10er-Stack. Wieder 14 Wonn reingepumpt. 17 Wonn sind es nun insgesamt. Wir haben Steine Schmieds. Das ist gut, nehme ich mit. Schimmernde Muschel, bitte nicht. Und wir haben 15 Waffensteine. Sehr... Oh, ein weißes Drachenei. Sehr, sehr, sehr gut. Das hilft auf jeden Fall. Nochmal 15 Waffensteine. Und ich glaube, damit sollten wir tatsächlich im Plus sein. Denn die Waffensteine gehen aktuell im 15er-Stack für ungefähr 18 Wonn weg. So ein Ei. Auch locker nochmal 12. Dann nochmal 10 vom Waffensteine Plus. Wir sind im Plus. Das hat sich gelohnt. Und wie immer natürlich Core Farmer aktiv. Wir haben ein paar Versuche auf Antik. Auch viele wertvolle Versuche zum Glück. Und ich hoffe, dass die klappen. Der Onyx klappt schon mal. Es fängt sehr gut an. Weiter geht's mit dem Jade. Bumm. Direkt noch ein Erfolg. Sehr schön. Jetzt kommen die teuren. Der Dia hat geklappt. Nochmal Dia hat geklappt. Und der Rubin hat auch geklappt. Alles hat geklappt. Komplett alles erfolgreich. Und das ist so viel Kohle, was man einfach mit seinen Billow Core Farmern da jede Woche macht. Hier haben wir noch ein paar goldene OK-Truhen vom letzten Event. Da man ja keinen Battle Pass mehr hat und es deshalb schwer ist, an einen Manni oder Manu zu kommen, werden wir die öffnen. Denn ich bräuchte mal eins. Mystischer Core. Sehr schön. Und wir haben auch direkt einen Manni. Perfekt. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Aber wir öffnen die restlichen auch noch weiter für den Content. Noch ein Manni. Super. Jetzt habe ich zwei Stück. Einen Teil kann ich verkaufen. Eins werde ich für mich selbst benutzen. Noch ein kostbarer Core. Ein Herrscherband Edel. Auch super. Ein Rassador Ei. Bisschen klein. Oh, ein magischer Stein. Da ist das Ding. Hammer. Wir haben auf jeden Fall richtig viel Gewinn gemacht. Noch ein B-Switcher. Kann man immer mitnehmen. Und noch ein Herrscherband Edel. Perfekt. Das wird gleich erstmal direkt hochgedonnert. Und wenn das klappt, dann ist richtig cool. Aber wir wollen natürlich hier nochmal die Cores öffnen. Gucken wir, was rauskommt. Alles Rubine. Wir haben einen raren Drachenjade. Naja. Und wir haben einen antiken Granat. Oh, Mann. Immerhin ist es ein Antiker. Immerhin ist es ein bisschen Geld. Hätte besser sein können. Aber trotzdem nimmt man, was man kriegen kann. Ich bin zufrieden. So, Theovadan. Zeig uns, was du drauf hast. Mach uns ein schönes Band. Und... BUM! BUM! Hat geklappt. Perfekt. Und wir haben 18%. Das ist in Ordnung. Kann man gut verscherbeln. Fett. Plus. Aktuell biete ich ein bisschen ZR-Leveldienst an. Zu einem fairen Preis. Ihr seht hier ungefähr 30k Damage. Und das coole ist, 2 in 1 kann ich gleichzeitig auch mein Pad leveln. Das werde ich jetzt auf Level 105 ballern. Das wird mal Zeit. Also ziehen wir hier ordentlich durch. Und es ist gleich soweit. Zum allerersten Mal in meinem Level... Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich ein Level 105 Alastor Pad. Und das auch noch selbst hochgezogen. Da bin ich schon stolz drauf. Und damit kann es auch weitergehen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und wir haben wieder einige Versuche auf Antik. Knallen wir auf die Schnelle durch. BUM! Der Granat hat gefällt. Der Sofie hat geklappt. Der Jade fällt erstmal. Einer klappt. Dia hat geklappt. Und der Rubin. Schon wieder erfolgreich. Wir haben aktuell so viel Glück. Und diese Alchi ist so viel wert momentan. Da kann man sich echt nicht beklagen. Ich bin sehr glücklich damit. Schwitzend und blutend verlasse ich den Schlangentempel. Wie ihr sehen könnt, ist mein Inventar komplett voll. Ich habe den ganzen Upstuff mitgenommen. Ich habe ein paar Steine mitgenommen. Natürlich die schimmernden Muscheln. Die super super viel wert sind. Upzeug. Hat sich wieder gelohnt. Ich kann es euch nur empfehlen. Vor allem als Vasu ist es hier super super easy. Jetzt will er es wissen. Wie immer. Abgegenstände mitgenommen. Wir haben ein paar Drachensäges am Start. allererster Versuch auf Plus 8. Und es hat direkt funktioniert. So schnell macht man fetten Gewinn. Mega cool. Also direkt nächste Doppelpreze EQ her. Und das wird dann wieder langsam langsam hochgeabt. Fleißig ist er gewesen. Es geht einfach zu schnell. Guckt euch das an. Ich bin wieder komplett voll mit Alchemie. Ich knall kurz alles hoch. Dass wir ein paar antike Tries haben. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ich rieche sehr viel Won. Denn wir haben einige Versuche. Hoffentlich bleibt es so gut wie die letzten Male. Es geht direkt gut los mit einem erfolgreichen. Und ein Fail hinterher. Noch ein Fail hinterher. Und noch ein erfolgreicher. Okay. Das ist in Ordnung. Wir haben ein Fail beim Granat. Wir haben noch ein Fail. Wir haben einen erfolgreichen. Saphir. Erfolgreich. So jetzt kommen die teureren. Der Jade. Fail. Klappt einmal. Sehr gut. Fail. Dia. Fail. Fail. Ach du Scheiße. Komm bitte der Rubin. Fail. Und nochmal Fail. Oh mein Gott. Tja. Zu früh gefreut. Die teuren Versuche haben so gut wie alle gefällt. Aber ihr habt selbst gesehen. Wir hatten so viel Glück. Die letzten Male. Und am Ende holt es einen immer ein. Es gleicht sich aus. Es musste leider so kommen. Wir haben 16 Versuche auf Machtsteine. Die Dämonensteine plus 4 brauchen immer so lange bis die weg gehen. Ich appe lieber. Und manchmal macht man auch Gewinn. Wenn wir 4 Stück machen sind wir schon im Gewinn. Also Minimum 4 Stück. Sieht bisher ganz okay aus. Und da ist auch direkt noch ein Erfolg drin gewesen. 4 Stück. Super. Wir haben Plus gemacht. Lohnt sich auch immer wieder. Das nächste Doppel-PC-Armband ist hochgeballert auf Plus 7. Wir machen nun den ersten Versuch auf Plus 8. Haben wir so viel Glück wie letztes Mal. Das werden wir jetzt herausfinden. Und. Leider nicht. Geht das Ding direkt wieder auf 7? Nope. Okay. Jetzt wird es interessant. Was hat der Mann vor? Da sehen wir den perfekten matten Rubin. Der wird jetzt erstmal auf süß ausgebaut. Das hat noch nie geklappt. Tu es Alchemist. Tu es. Es hat noch nie geklappt bei mir. Wird er es tun. Und er tut es. Es hat tatsächlich geklappt. Wir haben sehr viel Geld gerade zurückbekommen. Denn die perfekten Matten sind momentan einfach super super teuer. So. Warum habe ich den rausgeholt? Vielleicht habt ihr es geahnt. Hier ist das Ding. Ein perfekter, brillanter Rubin. Habe ich direkt auf Plus 5 gehabt. Der war relativ günstig. 550 Won. Die sind ungefähr 600 wert. Ich habe mein ganzes Geld reingesteckt. Und es ist soweit. Das Ding ist eingebaut. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was das Teil drauf hat. Ich denke, das wird einen riesigen Unterschied machen. Und ein großer, großer Meilenstein ist erreicht. Als nächstes der Dia. Dann ist der Onyx dran. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber der teuerste Stein ist erstmal erledigt. So, wir haben noch eine offene Rechnung mit dem Doppelprezi-Armband. Zweiter Versuch. Auf Plus 8. Und es klappt. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr Maschinen. Ich freue mich über jeden Support. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Maschinen.